Juli, der Name, äh, dein Titel, fast noch nicht ganz, morgen Queenscreen-Hauter. Was? Oh! Da werden schon Versprechen gelegt. Ich, ich, ich sag doch, es ist ein Let's Fail. Er fällt auf ganzer Linie, und das ohne, dass er irgendwas macht. Auf YouTube? Nee, auf Hitbox. Okay. Auf Clipfish. Clipfish. Oh, Jason, ich hab die Idee. Ja? So soll ich sie sagen, oder? Sicher. Warte. Gibt's schon gleich bald. Das ist Galaxy SS. Hallo, Eno. Eno. Eno, wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Mh, Hühnchen. Ja, dann ab in die Küche. Na, Tomate. Ja? Lieber hupen, 1&1, oder sonstigen Scheißdreck, wie, wie, da, 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 ich kann die Melodie leider nicht. Wie Bibi-Fick-Scheiße, Mann. Ey, das ist doch gar nicht so schlecht. Was? Was? Max? Was? Was? Das mit dem Rülpsen bekommt meine Freundin auch hin? Oh, Gott. Das mit dem Rülpsen bekommt meine Freundin. Servus, IC. Servus, Servus. Grüß dich. Nicht lecken! Was hast du gestern gemacht, war nicht da. Moment. Ich hab... Da, da. Ja, wo man nur Symbole sieht. Die macht die Symbole immer aus. Da, da hab ich gestern gemacht. Hallo, Lulikon. Du rückst eine Diesel-Strecke zwischen Goldau und Königsee-Rottenbach. Du darfst jetzt sogar den Na... Einen Städtennamen... Hast du schon mal einen Städtennamen dir aussuchen dürfen? Nee, nee, nee. Dann machst du mal. Oh mein Gott, eine Sandra. Hupenhausen. Alter, es ist ein... Oh, Gott. Ja. Nein. Oh. Du meinst damit sie immer in Erinnerung bleiben, oder? Ja, Mann. Ich hätt's aber nicht... Oh, Mann. Oh, Mann. Dann kriegst du deine Strecke zwischen Goldau und... ...Hausen. Ich muss mal kurz aufs Klo. So. Oh, Mann. Das hat mich auch vorhin angefangen. Ich wollte eine Strecke... ... und eine Oberleitung bauen. Auf einmal sagt er Nö. Weil er da das ganze Gleis nochmal updatet. Im Notfall dir auch... ...deinen Damm wieder hinbaut. Den du weggemacht hast. Ich hab keinen weg gemacht. Aber der wollte ihn noch erweitern. Hä? Spiel! Hä? Hallo? Hä? 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 Schau mal ganz genau hin, ob du da nicht doch vielleicht ein Bleistückchen hast, das nicht abgerissen würde. Ja, das ist Photoshop, Philly. Hä? Warte mal, als ob du den auch kennst, den Photoshop, Philly? Alter, wer kennt der mich? Ich? Ja, dann musst du mal Neo Magazin Royale gucken. WTF, guck ich nicht. Wo er guck, was dann reinkommt. Gut gemacht, Philly, gut. Jetzt brauch ich nur Kunststoff. Plastik, 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 da, 80. Das Plastik, Plastik, Plastik hat grad voll zum Beat gepasst, Philly. Echt? Interessiert mich ein Scheiß. Ich hasse LOL. Das heißt, wenn... Würde ich das zu dem sagen, würde ich das nicht machen. Oder? Wie bitte? Also, würde ich das zu dem sagen, ähm... Da passiert einfach nichts. Ich glaub, das ist nicht einfach hier so. Vor der Brücke, vor der Brücke. Die Unterführung ist das. Ne. Äh, äh äh. Äh! Ich... Höh? B... Hä? Jetzt müsste man so... Moment. Wut? Das ist kein Sprachviel, Likon. Ich beschreib grad das Spiel. War das Color Key? Der Programmator. Amberg. Der Navigator. Mein Programmator. Hahahaha. 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 Was kommt jetzt? Hahahaha. Seinen schwebenden Kopf. Hahahaha. 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 Es ist geil. Hahahaha. 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 Hihihiihihi Oh Und die Schwanke ist rot Dann kommt eine Anwäl aus Berlin Und er rennt, rennt um euer Leben Äh, ne nicht so. Ich lach von dir. Was ist ja echt so? Und er hat den ersten Fußgänger umgefahren Echt? Niko hat's klipp Die Gurke Ist das nicht ein Talent? Ja Also die hat ne Beschreunigung Ja das sind 6 Waggons mit dem dicken Die Kurven sind ein bisschen schnell genommen Oh ja Ein bisschen zu bespricht Ern Tomate Niko hat einen in seiner Freundesliste Der hat über 1900 Stunden Transport Fever Müsste Maverick sein oder? Nein Ist irgendeiner aus seiner KL Also seiner Luxemburger Gruppe Aber Maverick hat glaube ich auch schon Ich hab ja mittlerweile auch schon 1000 Irgendwas Ne 1000 Spiel Achso Tomate hat meine Stunden Ich hab nachgeschaut Ich hab 1066 Die haben noch einen Ich hab noch einen Ja aber ne ich weiß noch Ich hab noch einen Ich hab noch einen Ich hab noch einen Ich hoffe die kommt So wieder Und unterließ mal darauf achten Dass eure Bewegungen synchron sind Ja? Ja? Baby up is you Oh Gott Baby up is you Baby up is you Baby up is you Mdl Du brauchst den dritten Bildschirm Dann schreiben sie mir Oder rufen sie an Wenn ich sogar noch einen Vierten Ich hab die Mal anrufen Einmal schlafen Ein Mausklick 1&1 Mindestlogszeit DSL Vertrag Unsere Produkte 1&1 Mein Team und ich Haben in acht Wir haben in acht Für sie da Schreiben sie mir Einmal anrufen Einmal schlafen Und da bin ich wieder Ach das Video dauert denen Auf Ich hab gesagt ...dass du über ein Vorsignal drüber bist und solange das 500 Hertz noch leuchtet, heißt, du bist in der 500 Hertz Überwachung drin und das wechselt dann entweder, also es geht aus und kommt dann einfach kurz danach die 1000 Hertz Überwachung, die du jetzt auch anhast, dann musst du davon ausgehen, dass du gleich anhalten musst. Ach was ey? Niko hat gesagt, ich soll den Scheibenwisch ausmachen, ich hab nicht gesehen, wo der Batsch nicht so einen Teeß. Scheiße. Das ist Nikos Schuld, das geht auf Nikos Kappe. Die Reaktionen sind geil. Niko hat gesagt, mach Scheibenwischer aus. Liebes Getränke. Ich sollte keine Getränke mehr trinken, wo Kulensäure trinken. Das Problem ist, ich kann selbst mit Eistee rübsen. Da ist nix drin. Nix. Wie geht so was? Vielleicht liegt es da nicht. Indem du etwas Gas mit verschluckst. Hä? Du weißt, Luft zählt auch als Gas. Ich weise, deine Mahnfeuer erzeugt ein Gas. Du darfst nicht so schnell trinken. Ich trink nicht so schnell. Nein, weil wir haben gestern bei 50 Shades of Pete Smith, äh, 50 Shades, äh, wie hieß das Kartenspiel? Äh, Cards Against Humanity, Pete Smith. Wir sind gleich mit dem verkacken. Hole in One. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Zum Glück. Kannst du ins Best of rein... Kannst du ins Best of reinschneiden. So, Songbequests sind aus, weil ich hab gesagt, ich mach euch nicht so lange. Was? Oh, das wird aber noch dauern. Die Playlist ist voll. Ja, das wird noch dauern. Genau, deshalb mach ich sie aus. Nichts, geht, geht. Ja, ich weiß nicht. Drig, geht. Vielen Dank.